Fünf Schneeflocken fallen froh und munter hoch vom Himmel auf uns herunter. Die erste Flocke fliegt geschwind und landet auf dem kleinen Schirm. Die zweite Flocke fliegt verkehrt und landet auf dem Schaukenpferd. Die dritte Flocke, du glaubst es kaum, landet unterm Weihnachtsbaum. Die vierte Flocke kommt von fern und landet auf dem hellleuchtenden Teddybär. Aber ich weiß, was vor ist. Du weißt, was vor ist. Wir müssen gucken, ob der Teddybär im Alpen noch in seinem Haus ist. Und? Ja. Ja, der Bär ist in seinem Haus. Jetzt ist er noch versteckt. Jetzt kannst du ihn nochmal rufen. Teddybär. Hallo Marlene. Die letzte Schneeflocke, die macht Spaß und setzt sich auf Tettys Nasen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020